Herzlich Willkommen zum World Snow Day hier in Holzhau in Sachsen. Wir haben heute 500 Gäste, 300 Kinder, mehrere Stationen, Erlebnisstationen, Kinderbiakon, Snowboard, Alpine, ein Schlangenlaufparcours und das Höhepunkt für unseren Juniortrophie Schlangenlaufwettkampf, wo über 150 Kinder direkt dran teilgenommen haben. Das ist eine schöne runde Sache, heute zum World Snow Day hier in Holzhau. Ich habe das Wuch-Einhalte, glätten, die Kinder schreie, schreie und in den Ich habe das Wuch-Einhalte, das Wuch-Einhalte und das Wuch-Einhalte zu haben. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018